Wo ist meine Brille? Ich sehe nichts. Ah, da ist meine 3D-Brille. Ja, der Film. Wir waren im Kino im UCI. Es war relativ voll. Also, dementsprechend saßen wir sportlich in der 5. Reihe heute. Aber, also, ich muss sagen, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Wenn man was für Star Wars übrig hat, dann kann man da auf jeden Fall reingehen. Vor allem war es spannend oder, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es sterben mehr Leute von den Guten, als einem lieb ist. Mehr sage ich dazu nicht. Und der Film ist in sich, glaube ich, schön abgeschlossen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Den kann man ruhig weiterempfehlen. Und der ist auch relativ lang, 2 Stunden hat es gedauert. Wir wurden auch nicht gestört, das ist ja auch immer wichtig. Links und rechts, alle haben den Film geguckt. Keiner hat sich unterhalten. Das ist im Kino eine Menge wert. Das macht den Unterschied, ob es ein angenehmer Kinoabend war oder nicht. Wenn der Film natürlich vorausgesetzt auch sehr gut war. Okay Leute, es ist jetzt schon nach Mitternachtszeit schlafen zu gehen. Ich bin für heute raus. Macht's gut. Ciao.